Was ist die Spannende Persönlichkeiten kennenzulernen? Die spannendsten Punkte, die für mich bewegendsten Punkte von Icons, die ich mitgenommen habe, waren, würde ich sagen, der Punkt, spannende Persönlichkeiten kennenzulernen. Spannende Persönlichkeiten, wie schon gesagt, in diesem Team, in dem man arbeitet. Ein Team, das einfach zusammensetzt aus jungen Menschen, die extrem talentiert sind, die hohe Ansprüche an sich selbst haben, die hohe Ansprüche an ihre Arbeit haben, aber trotzdem so bodenständig sind und zu denen man so einen leichten und guten Zugang findet, weil es einfach eine extrem sympathische Truppe ist, dass das sehr, sehr inspirierend ist. Zum anderen aber auch die Kunden, die man kennenlernt, die Kooperationspartner, die man sonst nicht so einfach kennenlernen würde. Ich sage jetzt einmal Workshops, die man mit diversen bekannten Beratungsunternehmen erleben darf oder auch mit Unternehmen der Industrie, das ist einfach extrem bereichernd. Ich würde so sagen, es ist ein bisschen auch die Work-Hard-Play-Hard-Mentalität, also diese Mischung aus privatem Spaß in diesem Freundeskreis, aber gleichzeitig auch in den anregenden Momenten, die man einfach miteinander verbringt, wo man sich gemeinsam weiterentwickelt. Das waren so die Punkte, die mir sicher sehr, sehr geholfen haben und wo ich überzeugt bin, dass sie für jeden junge Menschen, für jeden Studenten, der sich sozusagen auf seine Karriere vorbereitet, einen extremen Mehrwert bietet, wenn man sich gemeinsam pusht.